Hallo und herzlich Willkommen zurück hier auf PBtube zu Stardew Berlin. Scheiße, jetzt stand da unten nichts gerade, ich hab's nicht gesehen. Folge 69, da ist seit der 25. im Herbst. Die Wetterversage, morgen wird es den ganzen Tag regnen. Okay, dann können wir Leben von Landtieren, spitz die Ohren, einen weiteren Tipps da. Der Winter steht voll chill, das heißt, dass erstmal Pause im Hofbetrieb angesagt wird. Es gibt keine Aussage im Winter, außer du bist glücklich, aber es gibt trotzdem eine Menge zu tun. Mehr dazu das nächste Mal. Ist natürlich eine schöne Aussage hier. Oh, wir haben Sonnenblumen. Weil, ich habe nämlich auch nachgelesen, was man mit der Ölpresse machen kann. Und ich dödl kann natürlich ganz klar. Sonnenblumen-Öl pressen. Packen die mal beiseite. Wir haben natürlich jetzt wieder zwei Plätze weg, aber kann nicht mit leben. Äh, man kann Sonnenblumen-Öl pressen, das ist, äh, klug. Wahrscheinlich habt ihr das auch in die Kommentare geschrieben. Wahrscheinlich eher nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben Enteneier. Brauchen wir Enten? Was brauchen wir für ein Enteneier? Bündelt hier. Einfach ein Enteneier. Nein. Nein. Okay, wir brauchen... Oh, wir müssen noch so zwei Eier-Dings machen. Weiß nicht, wie... Wie nennt man das? Eier-Machgeräte. So, zwei große Milch. Jetzt wollen wir das eine Enteneier weg. Oh, jetzt brauchen wir ja tatsächlich nur noch eine Milch. Oh, das klingt aber zügig. Das irritiert mich jetzt. Ähm, wir machen mal... So. Was brauchen wir dafür? Mayonnaise-Maschine. Äh, ein R-Kristall... R-Kristall, Stein, Holz und Kupferbarren. R-Kristall, Stein, Holz und Kupferbarren. R-Kristall, Stein, Holz und Kupferbarren. R-Kristall... R-Kristall, Stein, Holz und Kupferbarren. R-Kristall, Stein, Holz und Kupferbarren. Gehen hier unten rum, zum Mani müssen wir jetzt ja auch nicht, eigentlich haben wir hier ja alles erledigt, wir können mal zum Dings gucken, zum Schmied, also wir gehen jetzt zum Community Center, gehen zum Schmied, gucken vielleicht ist das ja schon fertig, äh ne, wir wollen nicht trinken. Es geht mir ja schon wieder auf den Kranz, ähm, ein Moment, ich sag gleich, was mir um den Kranz geht. Woosa, 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 ähm, das hier jetzt schon ein Loch im Dings ist, das ärgert mich. Ich hoffe, es muss kein großes Entnei sein. Ein Buch. Flama, Flama, haben wir denn Lea heute schon bezürzt? Ne, gesprochen haben wir nicht, bezürzt haben wir sie aber schon die Woche. Ich glaube, um die andere Miene kümmern wir uns dann im Winter. Es sind jetzt eh bloß noch fünf Tage, äh, drei Tage sogar, ne, hätte ich die Dings gar nicht mehr pflanzen brauchen, äh, die Sonnenblumen. Hätte ich mir tatsächlich aufheben sollen, naja. Ich bin halt heller in Eimerkohlen. Ich bin jetzt hier in Speisekammer. Schisch. Das ist, glaube ich, auch eine große Ziegenmisch. Also unsere Ziegen, Ziegel, Ziegel, muss uns schon ganz schön mögen. Aber wir kommen voran und wenn wir das, ähm, das Tropenhaus, ja jetzt beinahe gesagt, das, ähm, Gewächshaus haben, können wir natürlich... Ich will bloß noch mal sicher gehen, dass hier keiner Dings haben wollte. Nein. So, wir bezahlen mal... Was ist das? Schokoladentote. Sah aus wie ein großer Kackahaufen, aber okay. Aber wenn wir das Gewächshaus haben, haben wir eh dauerhaft, äh, Krams, dann machen wir die Felder alle weg. Weiß ja nicht, mal gucken, oder ob wir vielleicht noch Bock haben, das zu machen. Aber dann kann man halt einfach die Sprengte ins Gewächshaus stellen und dann werden da Heidelbeeren oder so angepflanzt, oder was das war. Und das geht dann schon ganz gut, so von der Geld her. Ich hoffe jetzt einfach, das Stand hier unten, das, was da unten links stand, war, dass... Yay, Cliff uns die Goldspitzhacke gibt. Ähm. Können wir eigentlich gleich mitnehmen und wollen wir... Ja gut, wir gehen ja nicht in die Mine, haha. Ähm, wir lesen mal ein wenig. Notiz von Gunther. Wow, diese Bibliothek ist dank deiner Hilfe echt klasse geworden. Vielen, vielen Dank. Bitte. Goblins von Esther. Die Spezi ist üblicherweise als Goblin bekannt. Äh, scheint aus den Wäldern des fernen Nordosten zu kommen, gekommen zu sein und von weit hinter den Blaubruchpügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einem beißenden Geruch kann ein erstes Treffen mit einem Goblin feuchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein. Alter. Oh ne, hab ich jetzt nicht so... Na? Okay, ist dann was anderes. Wenn sie gar nicht wissen, was da drin steht, warum stellen sie sich dann in die Bibliothek? Niemand weiß es. Tja, das war dann halt ein ganz entspannter Tag, würde ich sagen. Spontan würde ich sagen, wir gehen... Na. Tribolit haben wir schon. Würde ich sagen. Herzmuschel. Venusmuschel. Regenbogenmuschel brauchen wir, ne? Das sollen wir bei Mr. Q in die Box legen. Und los. Ja, dann einigen wir noch ein bisschen. Also, wir brauchen ja eh Seetang. Ist dann für euch nicht so interessant so richtig. Aber muss man halt auch mal durch, damit jetzt in den Folgen viel Action gehabt. Mehr oder minder. Buntbarschel brauchen wir ein Buntbarsch für es zu. Aber wir sind halt. Aber ein Buntbarschel ist gut. Nein, 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 nein. Äh, Sattel. Mein Angergerät ist kaputt. Ähm, damit ist gemeint, der, äh, Schwimmer. Ja, mir ist bewusst, ich sehe das, ähm, Prickeln da links. Das Bier, das zu Schinken, hat geprickelt in meinem Bauchnabbel. Also Schöpferuferwerbung, wenn ich mich recht, oder? Zu weit. Äh, das sollte funktionieren. Hat ja auch, glaube ich, so Tingeling gemacht. Ah, den Schatz lasse ich mal. Äh, weil der Fisch so weit weg ist. Wieder Tingeling. Tingeling. Wieder eine Seegurke. Schön. Tingeling. 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 Ich sehe im Augenwinkel, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwelche Nachrichten bekomme. Dabei dreht sich einfach bloß der Time hat die Sekunden, ähm, weiter. Weiter Wie man das drauf angefixt ist, dass man auf sein Handy guckt, wenn irgendeine Bewegung darauf ist Also es gibt ganz schön viele Seegurken würde ich behaupten Ist halt alles gerade dumm Cool, Köder Hat auch den Gelegen gemacht Ich möchte mal noch schnell Süßwasser Ich will oben am Bergteich noch mal probieren ein paar Störe zu fangen Ich habe keine Ahnung Ich glaube Herbst war tatsächlich auch die Zeit der Störe, oder? Man bräuchte so ein, also ein spielinternes Wiki wo sowas steht, damit ich mir das angucken kann Und äh Das gibt es glaube ich nicht Das hätte ich gern Also es gibt natürlich Wiki Seiten Und was für Stardew Valley Weil es hier natürlich auch tausend Mechaniken gibt, die man nicht gesteigt und Keine Wahrscheinlichkeiten und so Das hätte ich dann bloß Also abflüchtigt bloß Neue Person programmiert Machst du jetzt hier Feierabend? Arschkrampe Ähm Er hat ja nur einer programmiert Da gibt es ja auch bald das neue Spiel Wo es um Schokoladenfabrik geht Ohne Ohne Oompa Loompas Das klang aber auch sehr interessant Also ähnlicher Grafikstil wieder Das klang interessant grundsätzlich Das ist hier vielleicht irgendwo grad so ein Tüngeling Kein Tüngeling Dann stellen wir sie einfach hier hin Ich glaube wir können auch später noch 3 Abenteuer geht um einmal hoch gucken Kein Stör Forellenbarsch Wir können ja hier natürlich wieder grüne Algen raus und keine Seetan Was wir ja viel mehr bräuchten Der Vorteil ist natürlich jetzt wo wir so viel Energie haben kriege ich die Folgen halt auch voll Nicht so wie anfangs wo nach 10 Minuten alles vorbei war Äh weil ich keine Energie mehr hatte Jetzt können wir ja schön bis Ewigkeiten angeln Aber hier ist doch kein so ein Tüngeling Ah Fisch Äh das ist wahrscheinlich wieder ein Forellenbarsch Kölbarsch Kölbarsch Also wahrscheinlich auch wieder ein Kölbarsch Also wahrscheinlich auch wieder ein Kaulbarsch Ähm Weil meine Energie sich tatsächlich jetzt dem Ende neigt Und wir glaube ich keine 5 Minuten mehr angeln werden Ja Zu kurz Zwergbärs 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 Die es wahrscheinlich um diese Jahreszeit gar nicht mehr gibt Tüppe ich jetzt einfach mal Ähm Ja mir ist bewusst dass ich das googeln könnte Aber ich will es halt jetzt nicht nebenbei googeln Sondern hier habe ich es heute schon nebenbei genug gemacht Und mich ablenken lassen An den Folgen die ihr jetzt so seht So jetzt unten in der Kiste irgendwas cooles Aquamarinen, Kupfer Oh Äh das Weit ich eigentlich nicht Und Okay wir müssen tatsächlich los Äh wir gehen jetzt noch zur Abenteuer Gede Hoch und gucken mal auf die Liste Was da so drauf steht Die Brücke halt nur noch nicht reparieren ne Ne Wie gibt es jetzt nämlich die Liste Die hier Ähm Skelette Höhlen Insekten Buddler Buddler sind die die Ähm Alter voll viel ne Die hat ja auch nichts cooles mehr ne Ich glaube wenn wir in die Mine gehen sollte ich mir angewöhnen dass wir so ein Totem bei haben mit dem wir uns zum Hof zurück teleportieren können Dass wenn da mal was schief geht Wir schnell weg können Klingt klug wa Ja Ja Na ja Vielleicht können wir steigen beim Anges gehen noch auf können wir das überhaupt noch Ähm Fischen ja können wir noch Wir müssen noch bei den Tieren zu machen gehen Äh Ich hoffe dass unsere Ziegen bald große Milch geben Ja Ja Wir haben einfach das tatsächlich Oh das Gewächs hat ja perfekt Gerade im Winter halt Oh ist das fertig Hier hinten Ähm So wir schmeißen erstmal alles weg was wir nicht brauchen Geh runter Geh runter Na weg damit Entschuldigung ich musste einmal niesen Deswegen bin ich kurz stehen geblieben Und direkt nochmal Ist auch glaube ich ganz gut dass die Folge gleich vorbei ist Mir wird nämlich gerade angezeigt dass mein Controller gleich leer ist Dann ist das natürlich insgesamt ganz praktisch Bisschen so das noch weg das noch weg hier hin So Haben wir es gleich Haben wir doch eine relativ lange Wieder 20 Minuten Äh Seetank Achso wir haben keinen Seetank mehr Okay Was packen wir noch hier hin So Dann sieht das hier auch alles schon aufgeräumt aus Perfekt Und die hat man Nee und die hat man noch nicht Oh haben wir Naja okay So Schlafen Zeit Ich stoppe meinen Timer Ich werde ihn zurück Wir haben relativ viel Zeug angenommen würde ich sagen Geht schon Naja Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit Ähm Und hoffe ihr seid auch das nächste Mal dabei Hier auf Peer YouTube bei einer weiteren Folge Stardew Valley mit mir und dem Dave auf unserem Sonnenscheinhof Bis dann Ciao Ciao Ciao